Was geht YouTube? Damit herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal und heute soll es um das Team der Saison in der dritten Liga 23-24 gehen. Ich hatte schon mal im Winter ein Team zur Hinrunde der Saison gemacht, das seht ihr hier auch nochmal eingeblendet, mit sehr vielen Essenern und Regensburgern, die ja damals noch auf Tabellenplatz 1 thronten und eine sehr, sehr starke Hinrunde gespielt haben. Da hat sich ja jetzt im Laufe der Saison so einiges getan und deswegen, ja würde ich sagen, verlieren wir gar keine weitere Zeit, sondern beginnen auch mit dem zweiten Team, also dem Team der Saison dann im Endeffekt, das wir jetzt hier zusammenbauen. Und da möchte ich mit dem ersten Spieler anfangen im Tor, der auch derselbe Spieler sein wird wie noch in der Hinrunde und das ist nämlich Jakob Golds, der auch in der Rückrunde ganz klar gezeigt hat, dass er ja einfach der beste Keeper der Liga ist, bringt fußballerisch durchaus was mit, aber vor allem dann natürlich auch auf der Linie hat er zig Paradespiele gehabt, die man perfekt zu einem Highlight-Reel zusammenschneiden könnte. Alleine sein Auftritt in Dresden in der Rückrunde, der war ja absolut überragend, auch in Mannheim bärend stark gehalten. Das sind ja so Spiele, die hat man letzte Saison schon das ein oder andere Mal von ihm gesehen, aber in dieser Saison hat er dem Ganzen noch die Krone aufgesetzt, ist immer sehr, sehr schnell unten in den Ecken, holt unglaubliche Bälle teilweise raus und ja, ist definitiv ein Spieler, der sich sehr verdient gemacht hat, der von einigen auch zum Spieler der Saison benannt wurde sozusagen, der gesamten Saison und ja, das muss man als Torwart wirklich erstmal schaffen, hat sich für mich durchgesetzt gegen Gebhardt von Regensburg im Tor, auch ein Lottgar von Dortmund 2 wäre da durchaus noch ein Kandidat, aber da hat für mich eben den Ausschlag gegeben, dass Golds einfach so viele überragende Spiele hatte dazu, jedes Spiel gemacht hat im Prinzip und ja, das hat zum Beispiel weder ein Lottgar noch ein Gebhardt in der Form geschafft, die teilweise verletzt waren, beziehungsweise Lottgar ja auch das ein oder andere Mal auf der Bank bei den Profis und deswegen, ja, für mich Jakob Golds der erste Spieler und der zweite Spieler, den wir dann, ja, den ich in die Elf packe und auch der war bereits in der Hinrunden Elf mit dabei, ist dann eben Konrad Faber, Rechtsverteidiger, ja, beziehungsweise eben auch rechter Mittelfeldspieler, das ist häufig und bei Jan Regensburg gespielt in der Rückrunde, da war es ja dann häufiger auch mal so, dass Saller dann eben Rechtsverteidiger gespielt hat und Faber im rechten Mittelfeld ist jemand, der die, ja, Linie rauf und runterläuft, ich habe ihn ja schon mal als Arbeitsbiene bezeichnet und das trifft auch am besten auf ihn zu, läuft gefühlt 15 Kilometer pro Spiel, versucht es immer wieder am Gegenspiel auch vorbeizulaufen, ist so ein Spieler, dem man einfach den Ball geben kann und der dann schon irgendwas Vernünftiges damit anstellt, ist extrem wichtig für das gesamte Offensivspiel von Regensburg, schon die ganze Saison über gewesen und ja, mit seinen Flanken immer gefährlich, zwei Tore und fünf Vorlagen spiegeln da gar nicht den Wert, wie da den Faber einfach für das gesamte Offensivspiel von Regensburg hat, ist auch jemand, der immer eine Top-Einstellung mitbringt und ja, wird nicht umsonst auch von dem einen oder anderen Zweitligisten umworben, unter anderem Karlsruhe und Elversberg sind da im Gespräch und ich bin mir auch relativ sicher, auch wenn es da zuletzt ein paar andere Signale gab, ich kann mir nicht vorstellen, dass Faber in Regensburg bleiben wird, sofern sie die Relegation vor allem verlieren, dann gehe ich schon davon aus, dass er dann auch in der zweiten Liga dann spielen wird, wo er auch mit den Regensburgern zuvor schon war und ja, ist ein Spieler, der sich in diesem Jahr sehr verdient gemacht hat und daher auch absolut verdient in dieser Elf, genauso wie dann eben der nächste Spieler, zu dem ich jetzt kommen möchte und das ist auch ein Spieler, der schon in der Hinrunden Elf dabei war, nämlich Felix Götze, wechselt nach der Saison von RWE zum SC Paderborn in die zweite Liga und ja, ist einfach ein Spieler, der extrem positiv aufgefallen ist die gesamte Saison über, einfach ja, diese Umstellung in die Innenverteidigung bei RWE, ich glaube, circa Mitte der Hinrunde war ganz, ganz entscheidend dafür, dass sich die Defensive bei ihnen ja deutlich stabilisiert hat, dass sie jetzt auch bis zum Schluss oben angeklopft haben, ja, um den Platz drei in der Tabelle, sind dann am Ende siebter geworden, aber ja, er hat ganz, ganz deutlich gezeigt, dass er in der dritten Liga nichts verloren hat und dementsprechend auch zum SC Paderborn wechseln wird, ist sehr, sehr gut darin, ja, Situationen einfach zu antizipieren, da kommt ihm mit Sicherheit auch seine Vergangenheit als Sechser durchaus zugute, wobei er schon den Großteil seiner Jugend auch in Verteidigung gespielt hat, aber ja, ist auf jeden Fall ein sehr, sehr spielintelligenter Spieler, der von der Innenverteidigung bis zu zehn im Prinzip auch alles spielen kann, alles schon gespielt hat und von daher kann man Paderborn dazu nur beglückwünschen, dass sie ihn eben verpflichten konnten und ja, absolut verdient auch hier seinen Platz gefunden. Kommen wir dann zum nächsten Spieler und das ist ein Spieler, den, ja, den hätte ich auch im Prinzip durch irgendeinen Ulmer gefühlt ersetzen können, aber ich habe mich dann doch im Endeffekt für Nico Kules entschieden, aus dem einfachen Grund, dass bei Ulm für mich einfach die gesamte Defensive so unfassbar stark war, sowohl ein Strompf, der erst im Winter dazu kam, als auch natürlich Reichardt oder auch daneben Gahl oder Geier, je nachdem, wer dann gespielt hat. Das war eigentlich immer so ein festes oder starkes Defensivsystem, dass das für mich da schwer gefallen ist, einfach einen da wirklich herauszustellen und deswegen habe ich mich im Endeffekt für Kules entschieden, weil der für mich so der Schlüsselfaktor bei Münster war, weshalb es defensiv in der zweiten Saisonhälfte dann ja die meiste Zeit über sehr, sehr gut aussah, weshalb sie dazu in der Lage waren, dann auch viele Spiele ja mit höchstens einem Gegentor zu gestalten und dann eben mit ihrer starken Offensive viele Spiele gewonnen beziehungsweise auch gedreht haben. Ja, ein bisschen sinnbildlich für seine Rückrunde ist dann auch dieses Spiel bei Viktoria Köln, das man ja mit 5 zu 3 gewonnen hat, wo er zwei Tore, glaube ich, erzielt hat und vor allem mit seinem Willen dann auch dieses erste Tor zu erzielen, diesen wichtigen Anschlusstreffer, ja, einfach eine wirklich starke Rückrunde gespielt und daher aus meiner Sicht auch absolut von denen in dieser Elf, aber wie gesagt, da hätte man auch im Prinzip sämtliche Ulmer reinstellen können und es wäre immer noch, ja, keine falsche Wahl gewesen. Kommen wir dann zum nächsten Spieler von RWE, zum dritten und, ja, so viel kann ich auch spoilern, den letzten Spieler, der es in diese Elf geschafft hat, nämlich Lukas Brumme, ein Linkser-Teiliger, der eigentlich in den letzten Jahren immer im linken Mittelfeld gespielt hat und auch generell dort zu Hause war, der aber von Anfang an eigentlich gezeigt hat und er war ja eigentlich gar nicht so eingeplant, das war dann eben mit der Verletzung von Ekin Celebi, hing das zusammen, dass er überhaupt auf diese Position gekommen ist, hat das von vornherein sehr, sehr gut gemacht, gerade im Ballbesitz, ein absoluter Unterschiedsspieler für RWE, jemand, der sich auch viel in die Mitte hat fallen lassen, also dieses typische, was man jetzt auch aus der Bundesliga aus den vergangenen Jahren kennt, mit einem Guerrero beispielsweise, die sich dann, oder jetzt auch ein Grimaldo, die sich dann auch mal in die Mitte fallen lassen beziehungsweise dorthin positionieren und so das Aufbauspiel ankurbeln, ist mit seinem Antritt immer dazu eine Lage, ja, auch gebrenzlige Situationen, ja, mit, ja, absoluter Leichtigkeit, ja, zu entschärfen, wenn es dann mal ein bisschen knapper wird im Aufbauspiel, dazu immer wieder auch offensiv beteiligt an verschiedenen Situationen, sehr passsicher und auch defensiv, klar, ist er vielleicht nicht der aller, allerbeste Linkserteidiger der Liga, aber für mich gehört er da auch zum oberen Drittel in diesem Jahr und, ja, war für mich gar keine Frage nach dieser insgesamt starken Saison, generell habe ich es ja des Öfteren schon angesprochen, dass es bei RWE eben mehrere Stützen gab, die darauf, ja, dank denen RWE überhaupt vom Ausstieg träumen konnte und Lukas Brumme gehörte die ganze Saison eben dazu und deswegen ist er für mich auch absolut verdient in dieser Elf, genauso, ja, wie der erste zentrale Milchfeldspieler, den ich jetzt hier in diese Elf packe, das ist nämlich Ole Pohlmann, ja, was soll man zu dem großartig sagen, der hat eine ganz überragende Saison gespielt, ich sehe es hier gerade, 13 Tore, 10 Vorlagen, also 23 Scorer-Punkte als Zehner beziehungsweise Achter, ja, einfach eine sensationelle Saison, auch schon im letzten Jahr ganz deutlich gezeigt, dass er eigentlich schon der Liga da entwachsen war, hat es dann jetzt in diesem Jahr mit dem Profi-Vertrag im Rücken nochmal bei Dortmund versucht, ist da aber nicht in die mehrste Mannschaft irgendwie reingerückt, ist natürlich auch brutal schwer bei Dortmund, wird jetzt wahrscheinlich in die Bundesliga zu Werder Bremen wechseln und für mich gehört er auch da schon hin, hat absolut die Möglichkeit bei so einem Bundesligisten, der schon ein bisschen etablierter ist, dann auch eine gute Rolle zu spielen, bin da sehr gespannt, wie er dann auch seine Standardstärke da dann einbringen kann und ja, ist absolut verdient in dieser Elf, ist ein Spieler, der wirklich alleine den Unterschied macht, ein Spieler, dem man den Ball geben kann und der wird schon irgendwas Vernünftiges damit anfangen und dementsprechend auch vollkommen verdient in dieser Elf, was dann auch für Max Brandt aus meiner Sicht gilt, auch der ist dann neu in dieser Saison-Elf bei mir, ja, der einfach eine sehr überzeugende Saison bei Ulm gespielt hat, so der Antreiber, so ein bisschen im Mittelfeld, der da alles zusammenhält, der sich immer wieder auch nach außen hat fallen lassen, um Überzahl zu schaffen, der also auch für das Offensivspiel sehr, sehr wichtig war von Ulm, dass man da immer wieder sich gut durchkombinieren konnte, der allerdings dann auch sehr viel mit nach hinten gearbeitet hat und das ist so ein Spieler, der einem im ersten Moment gar nicht so krass auffällt, der dann aber, ja, über eine so eine Saison gesehen einfach ein unverzichtbarer Teil bei Ulm wurde und ja, deswegen war es auch im Prinzip für mich ein No-Brainer, ihn hier reinzustellen, ist einfach ein überragender Spieler gewesen bei Ulm in diesem Jahr, ein überragender Neuzugang auch für sie und ähnliches gilt dann eben auch natürlich für den Spieler der Saison und da kann es eigentlich keine zwei Meinungen geben in dieser Liga, das ist natürlich Leonardo Sienza, der als linker Flügel bei Ulm oder wenn er dann auch mal rechts aufgetaucht ist, der ist im Prinzip überall aufgetaucht, immer starke Leistung gezeigt hat die ganze Saison über, ist jetzt auch nicht umsonst der Topscorer geworden, können uns hier auch mal kurz die Scorerliste anschauen, hier mit 27 Scorern in 34 Spielen von ihm, 12 Tore, 15 Vorlagen, ja, das spiegelt sehr gut wider, was er für eine Rolle gespielt hat, man hat es an jedem, vor allem der letzten Spieltag, jetzt auch nochmal gesehen, wie wichtig er war, er hat da auch damals das Duell gegen Regensburg zu Hause für sie entschieden, mit seinem überragenden Assist dann auf Hiegel und ja, einfach der Liga entwachsen, wird wahrscheinlich dann auch in die Bundesliga wechseln zu Heidenheim und ja, schade für Ulm, ich hätte mich sehr darüber gefreut, wenn er dann noch mit Ulm zusammen zumindest das eine Jahr zweite Liga gespielt hätte, aber da ruft dann wahrscheinlich schon die Bundesliga beziehungsweise sogar die Conference League jetzt im Endeffekt mit Heidenheim, sofern Leverkusen das Pokalfinale gegen Lautern gewinnt und ja, wird dementsprechend auch europäisch zu sehen sein und da bin ich wirklich mal sehr gespannt, wie er dann in dieses System von Frank Schmidt passen wird, aber ja, wenn das einer schafft, dann mit Sicherheit Leonardo Sienza mit seiner überrangenden Saison im Rücken. Ja, kommen wir dann zum nächsten Spieler, zum nächsten Offensivspieler und das ist Luca Maseiler, der, wie wir hier sehen, 22 Scorer in diesem Jahr gesammelt hat in 32 Spielen, 13 Tore, 9 Vorlagen, wird jetzt in die zweite Liga wechseln zum SV Darmstadt und ich bin mir auch sicher, dass er da ja sehr gut reinpassen wird, einfach zu diesem Lieberknecht-System, sehr auch auf fußballerische Ansätze bezogen und ich glaube, er wird da eine gute Rolle spielen, auch wenn ich da noch ein bisschen Zweifel habe, ob er da wirklich so dieser Top-Neuzugang sein wird, denn schließlich ist er auch unter anderem bei der Hertha und in Nürnberg gehandelt worden, also da waren schon wirklich hochkarätigere Zweitligisten, insgesamt interessiert jetzt eben Bundesliga-Absteiger und ja, mal schauen, wie er sich da in der zweiten Liga zurechtfinden wird, hat er ja durchaus ein paar Jahre gebraucht, bis er jetzt in der dritten Liga so ein Unterschiedsspieler geworden ist, aber er hat sich eben in diesem Jahr absolut hervorgetan, hat diesen Schritt gemacht zum absoluten Topscorer in seinem Verein und ja, ich bin mir sicher, dass wir von dem auch noch das ein oder andere in der zweiten Liga hören werden, genauso im Prinzip wie Yannick Mause, der ja zum Torschützenkönig dann wurde, in der dritten Liga in diesem Jahr, hat von Anfang an geliefert, ist jetzt in der Rückrunde vielleicht so ein ganz, ganz klein wenig abgeflacht im Vergleich zu den Runden, also der Hype um ihn, aber im Endeffekt 23 Score, 18 Tore, 5 Vorlagen, ist natürlich, ja, einfach eine richtig starke Leistung von ihm und was soll man dazu sagen, er ist gut im Anlaufen, also gut im Pressing, macht da immer sehr, sehr viele Meter, er ist auch gut im Dribbling, er hat einen guten Abschluss, er kann Kopfbälle, er kann Dribbling, er kann auch Weitschüsse durchaus, hat er vor allem bei Aachen dann auch das ein oder andere mal gezeigt, dass er da einen sehr kräftigen Schuss hat und auch ihn werden wir mit Sicherheit bald mal in der Bundesliga sehen, da bin ich mir schon sehr, sehr sicher, hatte ich ja auch mal in einem anderen Video gemacht über die potenziell besten Spieler der Liga, also die, die das meiste Potenzial haben, da ist für mich Yannick Mause, den sehe ich persönlich schon im Augsburg-Trikot, können wir ihn ja sehr, sehr gut in diesem System da vorstellen, wie die immer mit ihrer Doppelspitze dort spielen, würde er für mich sehr, sehr gut hinpassen und, ja, ist einfach ein Spieler, der kann sowohl in der Doppelspitze spielen als auch alleinige Spitze, als auch auf den Flügeln und von daher für mich auch absolut, hat er es verdient, am Ende auch der, ja, Top-Tor-Schütze der Liga zu sein und, ja, absolut verdient, ähnlich verdient dann im Prinzip, allerdings auch durch seine überragende Rückrunde natürlich Joel Grodowski, der letzte Spieler in meiner Elftersaison, der bei Preußen Münster für mich der Grund überhaupt dafür ist, dass es nochmal diesen, ja, Umschwung in der Saison bei Preußen Münster gab, dass die so eine überragende Rückrunde gespielt haben, das kann man sehr gut an der Personalie Grodowski festmachen, der so zur Hinrunde circa fünf Tore geschossen hatte, da noch oftmals trotz seiner guten Aktion über die Außen, wo er sich dann häufig ja mal fallen lässt, selbst wenn er in der Doppelspitze spielt, hat dann immer so dieser letzte Tick gefehlt, auch dieser letzte Tick im Abschluss, dass er dann wirklich dann auch mal sich für mehr oder mehr Tore erzielt und sich dann einfach für seine guten Aktionen, die er sonst auch so im Spiel hat, belohnt. Das ist aber in der Rückrunde in den allermeisten Spielen absolut dazugekommen und, ja, hat auf jeden Fall den nächsten Entwicklungsschritt gemacht im Vergleich zur Vorsaison noch in Verl und, ja, für mich der Grund, warum Preußen Münster wirklich diese unglaubliche Siegeserie und ungeschlagenen Serie dann hatte, finde ich auch persönlich nochmal deutlich wichtiger als Malik Badmars, der natürlich auch ein wichtiger Spieler war, jemand, der sich dann halt fallen gelassen hat, auch im Millfeld kombiniert hat und so weiter und so fort, aber Grodowski ist einfach dieser Spieler gewesen, der so diese Torgefährlichkeit ja, permanent ausgestrahlt hat, der immer dafür auch gesorgt hat, dass sich das Spiel des Gegners verändert, weil man wusste, okay, Grodowski ist extrem schnell, da können wir jetzt nicht brutal hochstehen, also da mussten sich die Gegner auch immer ein Stück weit an Münster anpassen, wenn er gespielt hat und, ja, dementsprechend für mich der Gamechanger für Preußen Münster und der Grund, weshalb sie im Endeffekt auch den Ausstieg geschafft haben. Ich möchte zum Schluss noch, ja, ein paar Sachen dazu sagen zur gesamten Elf. Natürlich fehlen jetzt hier beispielsweise Dresdner, da wundert sich jetzt wahrscheinlich der ein oder andere ja eher weniger drüber aufgrund der schwachen Rückrunde natürlich, aber natürlich hätte es auch ein Niklas Hauptmann zum Beispiel verdient, hier nominiert zu werden, aber, ja, für mich dann im Endeffekt natürlich der überragende Scorer Pohlmann und auch ein Max Brandt, der eine konstant überragende Saison gespielt hat, einfach für mich einen Ticken noch verdienter, wobei ich behaupten würde, dass Niklas Hauptmann noch ein bisschen mehr Qualität hat als zum Beispiel ein Brandt, aber, ja, das sind so die Dinge, die für mich den Ausschlag gegeben haben, sowohl eine gewisse Konstanz in der Saison als auch dann in der Schlussphase, der Saison noch präsent zu sein und das war für mich bei diesen elf Spielern dann insgesamt am meisten der Fall, auch Marvin Obos von RWE jetzt natürlich durchaus noch verdient gehabt, alleine aufgrund seiner Scorer sehen wir auch hier nochmal aufgelistet, ja, siebester Scorer beziehungsweise gleicher Anzahl wie Grudowski, nur ein weniger als Marseila, der hat für mich jetzt einfach den Ausschlag gegeben, dass Marseila dann diese Entwicklung genommen hat in dieser Saison und dann wirklich zum, ja, einen der drei bis vier besten Spieler der Liga geworden ist. Dementsprechend, ja, ist das hier nochmal in der Übersicht meine Top-Elf. Lasst mir gerne auf jeden Fall einen Kommentar da, welchen Spieler ich eurer Meinung vielleicht noch hätte erwähnen müssen, ob es als, ja, Startelf-Spieler oder dann vielleicht für die Reservebank. Lasst mir ansonsten gerne ein Like auf dem Video da, wenn es euch gefallen hat und, ja, ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Lasst ein Abo da, macht's gut und ciao.